das war hier noch mal nachher hat er vielleicht was neues ok das hat bestimmt noch später relevante relevanz ja jetzt ich reise mal nach hinten mal gucken wie stark diese sind hier voll zerschreddert oh god der hat mir fast fast zerschred da ja 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 so das war aber knappes ding was für ein ja 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 ich bin hier ja hier vorne sind aber ratten die können wir jetzt ja können wir ganz hinten wahrscheinlich raus ja ja gut schauen wir einfach mal weiter ja 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 Ahoy, Maplebeard! I am the Pirate King! Äh, what? I am the Pirate King! Äh, ein Kind habe ich hier zum Beispiel noch nicht gefunden. Ich muss, glaube ich, einfach nur so ein bisschen durch die Gegend rennen, dann sehe ich schon, was ich machen muss. Teilweise. Zum Beispiel, wie komme ich da auf das Dach? Und zum Beispiel ist da... ... 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 hintergrund gesehen oder ja hier muss ich nur noch ein eine ebene weiter nach hinten und das können wir auch zu fuß machen grafisch finde ich es echt super obwohl es so ist halt south park so da wir hier gerade schon sind möchte ich noch was erledigen wenn wir schon hier sind reicht es dann das hat sich doch gelohnt die musik ist auch super so also muss ich meine ausrüstung hier umstellen ja man ja man so das kann ich erst bei der nächsten stufe einsetzen das kann ich nicht Ich habe ein Mann hier, die sich ein wenig interessiert. Was? Ist es ein frischem Essen? Oder ist es das ein von Taco Bell KFC combos? Wir haben einen Mann hier, die sehr viele Fragen zu stellen. Wir haben einfach ein paar Fragen. Also, die das Schrift des Protokolles enthalten. Aber er will wissen, ob die Taco Bell hat oder nicht. Das ist ein Konzentrieren. Wir haben keinen Konzentrieren. Wir müssen die Angelegenheit. Das ist ein einfaches Frage. Wenn es eine große Taco Bell sein wird, wird es in Choritos sein. Ich glaube, wir haben ein Recht zu wissen. Haha! Leute, wir wissen, dass ihr alle sehr begeistert seid, aber für eure Sicherheit, wir bitten, dass ihr klarer auf der Konstruktion-Site seid. Mark? Shit! Oh, ist der bisschen gelootet. Oh, Gott. Ich sehe ihn nicht. Achso, Moment. Ich muss ihn erst mal steuern. Ich sehe ihn nicht. Ich muss es hören, aber ich könnte es sagen, dass ich... Ich habe mich durchgeschlichen. Okay. Oh Gott. Okay. 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 Okay.